Hallo Leute, willkommen bei Wood & Steel. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser Engel aus Eschenholz entsteht, dann bleibt dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017